Musik Unsere Themen am Dienstag Kreisgebietsreform, was denken die Cottbusser? Stadt will Oberkirchplatz verschönern Und Hilfe für Christina Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell Cottbuss, Ihr Wirtschaftsstandort Die Entwicklungsgesellschaft Cottbuss ist Ihr Ansprechpartner und öffnet Ihnen die Türen Bei Ansiedlung Zu Fördermitteln Bei Existenzgründung Bei Expansion Bei der Immobiliensuche Und bei Ihrer Unternehmensentwicklung Wir bündeln die Kräfte für Ihren Erfolg So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, Ihr Unternehmen Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben Cottbuss hat einen neuen Einwohner Der kleine Phil ist am Sonntagnachmittag geboren Und er ist nicht nur für seine Eltern etwas Besonderes, sondern auch für das Kaltim-Klinikum Phil ist nämlich Baby Nummer 1000 Damit wurde die 1000er Geburtenmarke in diesem Jahr schon früher geknackt Im letzten Jahr kam das Jubiläumsbaby erst Mitte Dezember auf die Welt Somit ist die Anzahl der Geburten in diesem Jahr gestiegen 2019 feiert Jubiläumsbaby Phil seinen dritten Geburtstag Doch anderen liegt dieses Jahr schon jetzt schwer im Magen Grund ist die anstehende Kreisgebietsreform Politiker wollen mit der Reform vor allem Verwaltungskosten sparen Ob das mit einer Zusammenlegung der Landkreise auch wirklich funktioniert, ist umstritten Wir haben mal bei den Cottbussern nachgefragt, was die von der Reform halten Mehr als 10.000 Unterschriften in knapp drei Wochen Ein großer Erfolg für die Volksinitiative Kreisreform stoppen 20.000 sind nötig, um das Anliegen vor den Landtag zu bringen Es zeigt, dass die Menschen sich dafür interessieren Dass die Menschen sagen, ja, wir wollen hier doch mitreden, mitentscheiden Das ist immer so eine andere Frage Aber in der Kürze dieses Ziel zu erreichen, ist ganz klar gezeigt worden Es interessiert uns schon, was in unserer Stadt vorgeht Oberbürgermeister Holger Kelch war einer der ersten Unterzeichner der Initiative Gemeinsam mit den Oberbürgermeistern aus Frankfurt-Oder und Brandenburg-ander-Havel Kämpft er gegen die Einkreisung Wir sind die größte Stadt zwischen dem Großraum Berlin und dem Großraum Dresden Wir sind, ich sage mal, für die Lausitz eine kleine Hauptstadt Damit haben wir eine Verantwortung für die Region, aber natürlich auch für uns selbst Und wir sind Universitätsstadt, wir müssen eine Ausstrahlung haben Und das können wir am besten in der Form einer kreisfreien Stadt Indem wir über viele Dinge selbst entscheiden können Die Kreisgebietsreform soll Kosten in der Verwaltung senken und die neu geschaffenen Landkreise stärken Die kreisfreie Stadt Cottbus könnte dann aber in vielen Bereichen nicht mehr selbst entscheiden Etwa bei der Sanierung von Schulen und Kitas und im Nahverkehr Man beruft sich auf Erfahrungen anderer Bundesländer bei Reformen dieser Art Wir haben uns angeschaut, was ist denn in Sachsen passiert nach der Kreisgebietsreform 2008 Auch dort wurden sehr, sehr große Kreise geschaffen Und es gab die Hoffnung, naja, vielleicht können wir dadurch Geld sparen Aber zumindest für die Zeit, vier, fünf Jahre nach der Reform sieht man eigentlich gar nichts Außer, dass die Landkreise eher damit beschäftigt sind, sich umzuorganisieren, sich neu zu finden Eingespart wurde aber in diesem Zeitraum bisher nichts Die Sorgen der Bevölkerung spiegeln sich auch in Cottbus nieder Mehr als 1000 Unterschriften sind allein hier zusammengekommen Hier befürchtet man vor allem negative Folgen durch die Kreisreform Also ich habe gar nichts gegen Verbesserungsprozesse, auch in öffentlichen Verwaltungsdaten Allerdings sehe ich das, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern Und da hat es quasi gar nichts gebracht Nichts, außer ein bisschen Frust und Unmut Und ich sehe das auch hier eh nicht Ich bin etwas gegen die Zentralisierung Dass alles in einem, also in Großraum gemacht wird, das bringt nicht viel, denke ich mal Das hat man schon mal Diese Anonymität, glaube ich, dass man und viel mehr Zeit braucht, um Wege zurückzulegen Um Ämter zu besuchen und in diese Richtung Eine Volksbefragung ist immer sinnvoll Das ist ja nun ein Grundrecht in einer Demokratie, nicht? Aber was nun so rauskommen soll, ich bin mir nicht sicher bei der jetzigen Politik Also ich weiß nicht, weder die eine noch die andere Richtung, was da sinnvoll sein soll Was mich daran stört, ist es auch, dass die Landesregierung solche Beschlüsse fassen will Oder die Kreisreform durchsetzen will, ohne im Prinzip eine Funktionalreform vorher durchzuführen Das Ganze für und wieder abzuwägen Und auch, dass der Bürger in dem Moment auch nicht gehört wird Das finde ich nicht in Ordnung Das, was man eigentlich haben will Die Nähe des Bürgers zu den einzelnen Instanzen und zu den Politikern Die geht mit der Größe des Kreises meines Erachtens nach verloren Und deshalb bin ich gegen diese Reform Und deshalb habe ich meine Unterschrift jetzt gerade drunter gesetzt Sobald die 20.000 Unterschriften zusammengekommen sind Muss sich der Brandenburger Landtag mit der Volksinitiative beschäftigen Stimmt er dann einer Gesetzesänderung nicht zu Kann ein Volksbegehren gestartet werden Dann sind insgesamt 80.000 Stimmen nötig Sollte das dann immer noch nicht ausreichen, kommt es zum Volksentscheid Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Bürger müssen dann für eine Gesetzesänderung stimmen Ein Volksentscheid gab es in Brandenburg noch nie Eine Veränderung steht auch dem Oberkirchplatz bevor Die Stadt will ihm eine Schönheitskur spendieren So könnte er demnächst zum neuen Lieblingsplatz der Cottbusser werden Der Oberkirchplatz wird im nächsten Jahr saniert So viel steht schon fest Das Planungsbüro Nagler & Partner übernimmt die Gestaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt Cottbus Der Platz soll am Ende parkähnlich aussehen Bänke, Bäume und ein Leicherdenkmal als Zentrum sind geplant Vor rund 20 Jahren wurde der Platz zum letzten Mal saniert Der Oberkirchplatz hat nicht die Qualitäten, die er haben könnte Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben nochmal geschaut Das Modellstadtgebiet, also Sanierungsgebiet wird abgeschlossen 2018 Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, dort wo wir Defizite sehen Oder wo wir sagen, da können wir noch was verbessern Jetzt in dieser Zeit es umzusetzen Als erstes wird die Oberfläche begradigt Zwei Meter Höhenunterschied müssen ausgeglichen werden Auf der Seite zum Parkplatz in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße soll eine Toilette entstehen Laut Marietta Zschoppe wünschen sich die viele Bürger wieder Nur der Parkplatz hinter der Oberkirche bleibt Während der Bauarbeiten können aber Einschränkungen entstehen Dafür kommen 41 neue Fahrradständer dazu Also im Baugeschehen selber, da haben wir auch die erste Anliegerunde durchgeführt Auch mit den Großveranstaltern, da ist alles abgestimmt Wie immer, dass während der Bauzeit natürlich Geschäfte zugänglich sind Gaststätten zugänglich sind, das ist einfach wichtig Und wir haben auch abgestimmt, dass dann nach Abgeschlossenheit der Bauarbeiten Genauso alle Wochenmärkte, alle anderen Veranstaltungen Ebenfalls auf dem Oberkirchplatz gleich auch noch Platz haben Und stattfinden fast genauso trotz Baumgruppe, trotz Leicherdenkmal Trotz Bänke und Fahrradabstellplätze Trotz der neuen Bebauung soll aber noch Platz für den Wochenmarkt und das Stadtfest bleiben Rund 745.000 Euro soll der neue Platz kosten Eine Sache ist aber noch offen, der Zeitpunkt des Baustarts Entweder wird nach dem Stadtfest 2017 oder dann im Frühjahr 2018 begonnen Ein Unbekannter hat letzten Donnerstag einen jungen Mann überfallen Die Tat geschah gegen 19.30 Uhr am Nettomarkt in der Rosenstraße Der Unbekannte hat den jungen Mann niedergeschlagen und ist in Richtung Innenstadt geflüchtet Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen Wer helfen kann, meldet sich bitte unter der eingeblendeten Telefonnummer Hinweise können auch unter internetwache-brandenburg.de abgegeben werden Mehr Neuigkeiten sehen Sie jetzt in den Kurznachrichten Neues Heim für Familien Das Kita-Gebäude in der Schopenhauer Straße bekommt neue Bewohner Die ersten zwei Familien sollen dort einziehen Die Stadt hat das Gebäude Anfang des Jahres neu ausgebaut Auch ein Kita-Gebäude in der Helene-Weigel-Straße ist im Sommer erneuert worden Der Umbau beider Gebäude hat rund 530.000 Euro gekostet Das Geld kommt von Bund und Land Preiszeit bei Cottbus-Verkehr Fahrgäste können noch bis zum 30. November ein 6-Monats-Abo der Umwelt- oder 8-Uhr-Karte abschließen Dann bekommen sie einen Monat geschenkt Käufer sparen zusätzlich mit der 8-Uhr-Monatskarte rund 20 Prozent Das Antragsformular ist im Kundenzentrum der Stadtpromenade oder im Internet erhältlich Musik zur Weihnachtszeit Das Konservatorium spielt wieder Weihnachtskonzerte Das Jugendsinfonieorchester mit Chören und Solisten ist mit dabei Die Konzerte sind am 2. und 3. Advent Um 17 Uhr geht es los Karten gibt es direkt im Konservatorium zu kaufen Sie machen Urlaub in einem fremden Land Alles ist schön, die Sonne scheint, die Cocktails schmecken und sie lernen neue Menschen kennen Doch plötzlich fühlen sie sich krank Das geht so weit, dass sie ins Krankenhaus müssen Für die meisten ist das halb so wild Denn sie sind ja krankenversichert Doch wenn die fehlt, kann das schnell zu großen Problemen führen Wie bei der Ukrainerin Christina Lomarkina Anfang Oktober nahm das Leben der Ukrainerin Christina Lomarkina eine dramatische Wendung Sie war gerade mit einer Studienfreundin zu Besuch in Deutschland, als sich plötzlich ihr Gesundheitszustand verschlechterte Nach einer Untersuchung bekam sie eine erschütternde Diagnose Akute Leukämie Es war ein großer Schock für mich 25 Jahre ganz normal leben und plötzlich so eine Diagnose Es ist schockierend Das nächste Problem Ein fremdes Land, eine fremde Sprache Doch zum Glück kann sie sich auf Ina Perkers verlassen Sie hilft ihr Beiverständigungsproblem Außerdem arbeitet sie im Gemeinschaftslabor Cottbus Von dort kamen auch die Untersuchungsergebnisse Das Labor hat Christina sofort zur Behandlung ins Kaltim-Klinikum überwiesen Das ist wirklich entscheidend, dass die Patientin hier in Deutschland war Und dass sie gleich im Krankenhaus behandelt wurde Und die Behandlung war wirklich gut angepasst Und wenn wir daran denken Wir haben gedacht, sie lebt vielleicht nur noch fünf Tage Und das ist schon einen Monat lang, dass sie hier im Krankenhaus ist Und das ist ein Wunder Guten Morgen Die Ärzte konnten bisher das Schlimmste verhindern Doch die weiteren Behandlungen sind sehr teuer Kostenpunkt bis zu einer Viertelmillion Euro Geld, das Christina nicht hat Noch dazu kommt, dass sie nicht krankenversichert ist Doch das ist noch nicht alles Der behandelnde Arzt Dr. Rattei hat noch eine weitere schlechte Nachricht Frau Lomakina hat nicht nur eine akute lymphatische Leukämie Sondern auch eine akute Hepatitis B-Infektion Mit einer hohen Viruslast Die es schwierig macht, dann beide Erkrankungen zu behandeln Weil sowohl die Hepatitis B als auch die akute Leukämie Muss man gleichzeitig behandeln Man kann nicht erst die Hepatitis behandeln und dann die Leukämie Sondern man muss beide Erkrankungen gleichzeitig behandeln Die Lage ist ernst Christina würde ohne die Behandlungen vermutlich sterben Trotzdem hat sie noch genügend Lebensmut und gibt nicht auf Ich bin sehr optimistisch Ich sehe ja, dass die Behandlung mir hilft Und ich denke, alles wird gut Wer Christina helfen möchte Seit ein paar Tagen gibt es ein offizielles Spendenkonto Jeder einzelne Euro kann Christina beim Kampf gegen die Leukämie unterstützen Aktuell sind knapp 4.500 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen Das ist leider noch zu wenig Jede Spende kann helfen Die Kondodaten finden Sie auch nochmal auf unserer Internetseite lausitz-tv.de Wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen Morgen wird es dann weihnachtlich Der Weihnachtsmarkt wird nämlich eröffnet Wenn ich dabei sein kann, bekommt dann hier bei uns ein paar Eindrücke Also, schalten Sie auch morgen wieder ein Bis dahin, tschüss Käse ist gesund Käse ist frisch Käse ist sinnlich Käse ist reif Käse ist verführerisch Wenn Käse, dann aus dem Paradies Wozu in die Wärme fliehen Wenn's auch zu Hause schön warm und gemütlich ist Der Midgas Einheitspreis 12 oder 24 Monate preisstabil Top Service Inklusive Wechselbonus Jetzt wechseln unter Einheitspreis.de Musik Jetzt Heizöl bestellen unter 03544 50 33 63 oder online unter www.baywa.de Stell dir vor, du siehst einen richtig guten Film im Kino. Aber du weißt, es gibt noch so viel mehr davon. So viele Filme, die du alle im Kino sehen möchtest. Das wäre Kino ohne Limit. Mit der Unlimited Card kannst du so viele Filme in unseren Kinos sehen, wie du willst. Das ist Kino ohne Limit. Die UCI Unlimited Card. Eine Karte, alle Filme. Nur 22,50 Euro im Monat. Hol dir jetzt deine Unlimited Card. Online unter kinoohnelimit.de Fühlen Sie sich wie im Urlaub. Und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. In der kommenden Nacht bleibt es trocken. Vereinzelt tritt Nebel auf. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 2 Grad. Am Mittwoch bleiben vereinzelt Nebelfelder zurück. Die klären sich im weiteren Tagesverlauf aber noch auf. Es bleibt weitestgehend trocken. Die Sonne zeigt sich ab und zu bei Temperaturen bis zu 13 Grad. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Dein Verein, dein Team, dein Spiel. Unter fupa.net slash Brandenburg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Außergewöhnliche Biere, die beste Freunde gemeinsam genießen. Whisky-Miles, inspiriert von Schottland. Mit einem charakteristisch rauchigem Aroma und einer feinen Whisky-Note. Wiener Kaffee, inspiriert von Österreich. Mit echten gemahlenen Kaffeebohnen hergestellt, in dieser Genussvariante einzigartig auf dem deutschen Markt. Williams Christ, inspiriert von Südtirol. Dieses Gourmet-Bier wurde mit echten Williams-Christ-Birnenauszügen hergestellt und entfaltet vielschichtige Fruchtaromen. Nur für Genießer. Die streng limitierten Landskron Gourmet-Biere. Augenglasbestimmungen für nah und fern, optische und elektronische Hilfsmittel, individuelle Anpassungen und vieles mehr erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen. Friedrich-Ebert-Straße 16 Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der eG-Wohnen-App. Holen Sie sich mit dem eG-Wohnen-Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play.